Kurz vor dem großen Finale von Let's Dance gibt es noch einmal schlechte Nachrichten. RTL muss zwei Ausfälle verkünden. Wer holt sich am morgigen Freitag den Titel Dancing Star 2024? Das ist die Frage, die sich so kurz vor dem Finale von Let's Dance alle stellen. Selten war der Ausgang der letzten Show so offen wie in diesem Jahr, auch, weil es auf dem Weg zum Finale einige Ausfälle gab, die den Verlauf wahrscheinlich verändert hätten. Let's Dance Mark Keller und Tillmann Schulz fallen aus. Nun hat RTL die Tänze für die kommende Show am Freitag bekannt gegeben und dabei gleichzeitig schlechte Nachrichten zu verkünden. Normalerweise tanzen neben den drei Finalists innen auch die ausgeschiedenen Paare noch einmal ihren Lieblingsstanz. In diesem Jahr wird das nicht bei allen der Fall sein. Wie RTL nun mitgeteilt hat, werden sowohl Mark Keller und Katrin Menzinger, als auch Tillmann Schulz und Patricia Jonel, verletzungsbedingt, nicht auf dem Parkett stehen können. Bei Mark Keller war bereits bekannt, dass der Schauspieler aufgrund einer Achillessehnenverletzung nicht mehr tanzen darf, da bei einem drohenden Riss eine monatelange Pause die Folge wäre. Überraschend ist dagegen das Aus für Tillmann Schulz. Welche Verletzung ihm zur Absage gezwungen hat, ist nicht bekannt. Immerhin, alle anderen Paare und natürlich auch die drei Finalist, innen Gabriel Kelly, Jana Wosnitzer und Detlef Soest, werden natürlich morgen wieder ihr Können unter Beweis stellen. Vielen Dank. Vielen Dank.